Guten Abend meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Forst, mit dem äh... Malfred! So, und Günter! Moin! Der ist auch dabei! Und der Bronzi! Hallo! So! So, die mal anfunken, die zwei! Günter, genießt du die... Hallo? Ja? Ja? Kommt bitte sofort runter. Der eine mit dem hellgrünen Fahrzeug, dem komischen und dem Gewicht und einer nur mit einem normalen Auto. Hier ist etwas ganz dringendes, was unbedingt gemacht werden muss. Ist das okay Bronzi? Du klingst ein bisschen... Du klingst ein bisschen... Over and out. Äh... Okay. Bronzi klingt jetzt aber schon ein bisschen komisch, oder? Als wenn er was in Puppes hätte, ne? Hm. Guck mal, aber ein tolles neues Gewicht da, Manni. Ja, habe ich schon gesehen. Ist nicht dein Gewicht. Ist mein Gewicht. Finde ich schon ein bisschen geil, ne? Aber wissen wir was heute mal mache? Na ja... Heute... Da hole ich meinen guten Wachen raus. Genau, heute hole ich meinen guten Wachen raus. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. Ich kann den guten Wachen nicht benutzen. Ah... Da habe ich mir wahrscheinlich wieder die Schlüssel verlegt. Vom guten Wagen. Wo könnte ich die noch hin haben, die Schlüssel vom guten Wagen? Hat die vielleicht jemand anders, die guten Wagen-Schlüssel? Nein. Doch. Ja, kannst du mal bitte die Schlüssel rausrücken? Schau mal deine Base. Ja, komm mach, Junge. Ich will los hier. Oh... Eine Stunde später. Brunsmann! Schlüssel her jetzt! Du hast alle Schlüssel von mir. Definitiv. Nein! Achso, warte mal. Äh... Verstehe ich nicht. Egal. Meinem unbekannten Land. Gibt's ein Mann nie ganz verbrannt. Nee, geht nicht. Oh Mann ey, Brunzi. Ohne Scheiß. So. Nimm ich den Wagen jetzt hier. Günter, warte mal. Mit deiner Schleuder. Lass bloß den... Lass bloß meinen Dazja in Ruhe, ne? Dein was? Mein Dazja. 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 Hm. Du meinst, äh... Wenn ich mit dem komm, wird's duster? Dann wird's duster, ja. Dazja, hier wird's gleich duster. So, gut. Mucke an. Dieb Mainz, Junge. Und ab geht die Lucia. Schön einmal runterfledern. Ähm... Brunzwein! Ja? Wo soll man überhaupt hinkommen? Zu deinem Brunkbau oder was? Zu meinem dezenten Altbau. Ja, okay. Gut. Günter, wo bist du denn mit deinem komischen Deutz? Gleich beim Brunzwein. Glaub ich nicht. Warum? Weil ich jetzt komm. Mit meinen Ram-Junge. Und da wärst du dich von der Straße Ram. Ich nicht, du Bitch. Weil ich nämlich der Ramler bin. Der Hase. Und dann fällt deine Oma. Ich so. Ich bin... Ich bin der... Ich bin der richtiger Ramler. Das hat sich früher immer genannt. Im Dorf. Manfred Ramler. Okay, scheiß drauf. Er hat das Ding da weggebaut. Er hat das Ding da weggebaut. Pflanzt da! Oh, viel Gewicht bin ich da nicht so weit. Schade. So. So. Äh, sind wir direkt zum Shop oder was? Ne? Ja. Echt? Ja. Anhänger, der rote Anhänger. Ja. Genau. Du rührst was an. Ich will es auch sehen. Nicht drauf fahren. Nur Anhänger. Entschuldigung. Ich bin halt der Güter. Ich... Mann, ey. Scheiße, ja. Wollen Sie hier? Ja. Die Häuser sind noch nicht mehr da hier. Sind die schon wieder abgerissen worden? Ui. Ui. Keine Ahnung. Dagi. Scheiße. Ja. Wenn kommt denn der... Moin. 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 Ich bin's. Der Manfred. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab, Alter? Aussteigen. Aussteigen. Nicht lang schnacken. Koppelnacken. So. Was ist los? Geil, Alter. Das ist ja mal fett hier. Ey. Mach das Ding mal aus, Alter. Gut. Was hast du denn hier am Start, Alter? Jetzt mal ohne Scheiß. Mit dem Biobailer könnt ihr versuchsweise hier oben auf dem Feld... Ähm. Pappeln. Du. Ballenpressen. Okay. Sollen wir machen oder was? Ja. Könnt ihr euch anschauen. Und dann wieder gehen. Krass, Alter. Und der... Ja. Wenn ich vielleicht noch ausreden dürfte. Ja. Hau rein. Einer presst die Ballen. Das hat sich jetzt schon übrig. Und der andere sammelt das ganze Zeug ein. Okay. Und bitte Vorsicht mit dieser Maschine. Ja. Chill mal. Wir sind schon unterwegs jetzt hier. Wuuu. Ist gefässt, Alter. Wo der Brunzi das Equipment noch mal herholt. Ey. Ich verstehe es nicht. Jetzt gibt es gar nichts. Was? Die drei Babbeln hier rum, oder was? Da bist du mehr als zwei. So. Ja. So. Warte. Anmachen. Und absenken. Den Schutz noch hochheben hinten. Wen? Den Schutz. Die Ketten. Kann man hochheben. Ja. Andere Seite. Das war runter. Jetzt hoch. Ja. Genau. Perfekt. Ja gut. Ob es das braucht, ist fraglich. Aber... Na klar. Sollst du Blatt fahren, oder was? Oder sollst du sie ernten? Ja. Für das Gewicht ist der dafür da, dass sie niedergedrückt werden. Ach so. Nein. Ich würde es trotzdem so machen, oder? Ist doch besser, oder? Besser nicht. Anders. Naja. Anders besser. Ja. Der mit Thomas. Der ist doch anders. Ja, aber guck mal. Du fährst dich doch blatt, Alter. Nein. Die fährst du nicht blatt. Wegen dem Gewicht, oder was? Ja, das drückt es dann noch rum. Okay. Genau. Ja. Brauchst du mir nicht die ganze Zeit neu erfahren, Alter. Na, hau mal rein da. Du sollst dich nicht ausschlagen. Weißt du was? Das wäre ein bisschen was? Schöne... Dings wären das. Schöne Hackschnitzel-Dinger, ja. Ja. Und wenn? Ja. Ja. Ha? Was ist ein Bier? Unglaublich. Mir ragt noch eins. Hey Göni. Ja. Geil, ey. Ich hab gehört, mein Sohn arbeitet bei euch. Äh, so. Ja, wir haben ein zweites Standbein aufgebaut in einem Baunsimular. Im Bau, auf dem Bau. Und da hab ich den Dominik, ist sein Sohn, kann das? Ja. Ja. Ja, die will ich einen Festvertrag geben. Mann, die will das aber nicht. Ja, ich hoffe, es ist nicht mal zügig ein Festvertrag. Ja, er ist auch ein guter Mitarbeiter, da kann man nichts sagen. Nein. Oh. Wollt wann? Mummige Geräusche gehört. Ja. Das Opfer ist dein Sohn. Na, gesundheit, Alter. das da ist das beste von besten genau kommst du mal rein jetzt hier der erste beides am start alter jetzt erst meine fresse kommst du sehen wir das ding auflädt hier wir müssen mit der hand runter tragen ach komm besser das gut sein geil alter völlig geile technik guck doch mal man setzen durch gerät immer drehen wisst ihr von rechts links rechts links wie einfach aber das können nur die erfahrenden erfahrenden können das nur machen weil es das denn so jetzt aber gibt die luci ramba zamba im rumba rumba geiles ding also auch ein günter sind den kurven uns auf ihn kann sie ganz noch babbeln ansehen und pressen auf jeden so gleich ob wir ein paar ist schon mal kriegen wir mal gucken wieder den nehmt alter ja schöne von vorne oder richtig haupten vorne ja so warte ich will gucken geil aber was bestimmt ist viele drauf johon naja kommt nicht ganz frau ja dann wurde bitte ich vorweg wenn du jetzt auf wählen jetzt auf wählen jetzt auf wählen jetzt so war es die leute ist jetzt von der frau bitte vor so war der übrigen jetzt herr meint wird aufgeregt genau wir haben nimmt und so einen jahr zack und rauf war abgucke zack rumgeklappt vorgeklappt rüberklappt gäst da haben wir aber da mit uns geheimen und die das ist geil so und ab geht es die wiese noch auf andere seite ja was ja mach doch ja wenn du meinen sohn eine fest anstellung gibt ja für dich ein besseres auto raus hier diese stoff das wohl schlechter schatz oder weiß schon nicht richtig ihr mongos alter dass das kriege hin wir sind die bestechung scheiße brauchst du gar nicht anfangen da vorne wird nicht eingestellt ende aus da kann überhaupt nicht davon nur der hälfte dass der sohn von wohns bei der scheiße geil wer es ist genau da muss jetzt jede baustelle alter ob ich nicht der klopft mit solchen kasper kippen hälfte hier stehen ja ja noch drei abgünter so und sie wenn nun sie Guck doch mal, das Ding, wie gehör ich da, dass da deinem anpft, ey, joch. Ist doch krass, oder? Das ist mal eine Scheiß. Wisst ihr, was krass ist? I make you krass. Nee, ich mach dich krass, David Aminadi. Was denn? I make you krass again. Ja, you can krass again for the start now, fang. Ja, brothers. Was ist das? I make you sexy. Das können wir auch mal mitmachen, Günther. So ein Dings, ja. Mal ein bisschen was für unsere Figur machen, Günther. Wir sind jetzt auch schon älter. Ich bestell jetzt mal so eine CD, so eine I make you sexy CD. Wisst ihr, wie ich meine, ja, von Detlef? Von Detlef Tizou. Was? Ich habe eine neue Leitsprüfung gefunden für uns. Was ist denn, du wieder? Wir machen Felsbrunn great again. Wir machen Felsbrunn great again? Mhm. Okay. Ich habe viel besseres. Ich mache dir Goody. Dot com. Ich schlage noch. Ich glaube nicht. So, Günther. Wie sieht's denn aus, Günther? Bist du da am Schnecken? Gib mir was ab. Ja, meine, das ist ein bisschen gebissen, Alter. Chill. Günther, ja, mein Salami-Pol ist schon ganz vergessen. Ich krieg's nicht ab. Das fällt aus. Das kannst du gleich sagen. Ich muss nur mit dir teilen. Du bist nie was ab. Was musst du mit dir teilen, Junge? Richtiges Einzelkick. So, warte, chill, Mann. Komm, fang ihn dir. Und hör, mach sachte ein bisschen, gell? Günther. Ja? Mach einfach ein bisschen sachte, Günther. Reist einfach ein bisschen zusammen, ja? Hast du gar nichts gemacht? Nee, komm, ist gut, Günther. Komm, du Vaginalherpes. Ja. So. Aufgeschnappert hier. Nnam, 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 nnam. So, wieder hier rüber. Komm mit, Günther. Manni? Ja, was denn? Komm mit, Feuermann. Was ist denn hier? Oh, die Schnuppenfri... Oh. Dann gib uns mal mit der Schnuppenfriße drunter, Brunzi. Ja, ja. Na, nicht immer alles stehen lassen, ja? Du musst dich mal entspannen, muss das Ding mit der Hand aus. Hat noch Zeit. Gibt's doch nicht. Scheiße, ja. Ich bin ein bisschen in den Weiten eingefahren. Oh, der gute Manni. Hat einen kleinen Stiedelwurz, das findet er so toll. Was hast du eigentlich vor, Brunzi mit den Dingern, ja? Mit den Ballen? Ja, die werden gebraucht fürs Dorffest. Das Dorffest? Ja. Oder machen, reinzünden und unten in den Dings rollen, oder was? Bärchen, oder? Nein, aber die wollen, ohne Scheiß, die wollen Feuer machen. Und das ist scheinbar, das brennt gut. Haben sie mir da geklickt. Offenbar. Da muss was gemacht werden. Manni, jetzt guck mal, wie hoch der den Arm hebt. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Ja. Das wird schon ein bisschen geil, ne? Ja. Kann man nichts sagen, gell? Da geht ein bisschen was drauf, Alter. Gut, Günder. Hier ist das mal Schicht, oder? Findest du mein Gewicht? Ja. Gewichtig. Gut, ich mach's mal Feierabend, Günder. Hau rein, gell? In diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lass uns da, bis dahin. Tschüss. Tschüss.